Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, heute wieder dabei, der liebe Freund von mir. Wie willst du genannt werden? Luke. Luke, ja geil. Wie heißt du bei JJ? Lukas 001. 007. 007. Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Du wolltest weiter nach unten machen. Ach ja, genau. Ach, ich bin ja in der Letzt-Play-Welt. Ich war gerade in der Letzt-Show-Welt. Da dachte ich gerade, ach, ich bin so ein bisschen beschissen und behämmert heute. Ja, ich wollte ja bis ganz nach unten kommen. Ach ja, oh ja, Entschuldigung, da mache ich mal kurz einen Cut. Ja, bis dann. So, hier sind wir wieder. Ja, wir haben ein paar Leitern gemacht. So, 41 ist ja nichts. Und jetzt grabe ich mich einfach stur geradeaus nach unten. Ich habe keinen Bock mehr auf den Klump hier. Ähm, ähm, du-du-du. Ja. Zwergen-Power hat's drauf. Oh. Zwergen-Power. Ja, ja. Ihr seht nichts. Ich seh nichts. Ich seh auch nichts. Ja, alle seh nichts. Wie wär's, wär's nicht mal angebracht, ne Fackel zu setzen? Ja? Ja. Ja. Das wär's schon, wenn du da jetzt keine Leiter setzen konntest. Ja, irgendwie schon. Warum kann ich hier keine Leiter setzen? Das soll doch gehen. Bin ich zu fett? Ja. Ich seh auch nicht viel. Applaus, wie wär's noch mal mit noch? So, kaka, 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 was saß? Ja, wohl. Aber wenn wir reingehen. Mach ich. Bin ich auch peaceful? Ja. Ey, das ist voll der Feil, hier ist auch peaceful. Ich bin voll der Feil, ich bin auch peaceful. Na, wirst du schon mal? Hier war ich schon... Nee, wie geil ist das denn? Ein Riesenmüllnetz, alter. Hm, hier war's nur noch nie. Nee, wie geil ist das denn? Trocken Umdenken das sind schon von Proben gotten ihrer Fürth hier braucht es nur 1 so ein bisschen zu, ne? Dass so ungefähr kein Mensch reinkommt. Und dann mach ich mal das easy. Ich hab kein Schwert dabei. JG ist doch nicht feige, äh, Zwergen, Paul, Bauer ist doch nicht feige. Zwergen, Paul, Bauer. Was soll das denn, das ist ja geil. Nieser, in der ihr schlafen, gemacht, ne? Soll ich mich hier weiter runterbauen, in der Mitte so? Soll man das mal machen? Soll man das mal machen? Ja, mach doch. Irgendwann darf ich machen? Aber dann schalte ich mal auf easy. Nachher. Ja, auf peaceful. Ja, unser Hund, äh, ne. Das ist jetzt ab und an mal ein paar Fackeln. Und findet ab und an auch mal Eisen. Findet der man ab und an mal Eisen findet, ist das ganz schön nett. Eisen, 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 Eisen. Nö, Eisen. Nö, Eisen. Nö, Eisen. Nö, Eisen. Nö, Eisen. Nö, Eisen, 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 Eisen. Nö, Eisen, Eisen. Baum hinpflanzen ach ja sollte ich dann kann ich mal machen hab ich erde dabei ja sollte ich eigentlich das mache ich mal der gewirkte Zwergenbauer will euch bestimmt gleich auch noch seine Zuckerrübensammlung zeigen äh nee irgendwie nicht warum nicht du Gott wer klärt schon Alter das sieht so aus wie so ein komisches Ding ich weiß nicht als ob hier jemand schon gewohnt hat ja ne voll geil mache ich mir auf jeden Fall als Haus du hast fünf Eisen bekommen hm ich muss ein bisschen mehr ich bin es will an die Oberfläche gehen ich glaube ich man sollte es sehen die Erde in der Sport auch aufgrund die Brommer ein um das muss das alles um um 6 sehr schnell dauerlangen ich mache hier mal ein paar Fakten in den Büro ich in den letzten Wochen gekriegt es dauert zwar aus dem Land oder schweinelang und weiß gar nicht mehr ja ja auf dem Land Kürtel ich dachte schon ich hätte schon die Höhle gesehen e ja es werden die Bauer ist ein bisschen die ich hab heute noch gar nicht gezockt hat er wohl drei Stunden äh ebenso nicht Kohle nein keine Kohle das ist klar klar dass das Kohle brauche ich nicht weiß ob es nicht weiß ob es recht wichtig ist viel k 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 ja k k k k k k k k k aber in jetzt weiß ich warum der Let's Plays Minecraft Videos guckt weil du nicht zu laberst doch ich laber manchmal ganz viel und manchmal laber ich gar nichts also äh ja äh jetzt muss ich ein bisschen labern ja ja laber laber ähm wenn Maxi dabei ist dann gucken sie es also recht nicht nein Mondrian ist geil ja ja da hab ich angerufen da hat Moritz angerufen da hat Moritz angerufen da hat Moritz angerufen oh fett ja zweimal angerufen da hab ich angerufen da hab ich angerufen und das Telefon hat nicht geklingelt und die verkommen ich nicht die verkommen ich nicht Halleluja da um da da oben links war auch noch was da um er kommt nicht tiefer er kommt wohl tiefer er hat es sicher er kommt doch tiefer er muss dann ich glaube jetzt einfach nur gerade aus okay wenn es euch beliebt ich schalte ein wenn es wieder an die Sache geht bis gleich tschüss die 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 überhaupt nicht ich habe die 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 ich meine die 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 diese wer Ablob weg Er traut sich nicht das da wegzumachen Das da unten Mit dich gerade fast Er traut sich nicht Ja Sehr gut Er traut sich nicht In die Lava zu fallen Nur die Lava grün Ich meinte ja groß zu sein Scheint Riesig Dann mach mal den Boden weg Wenn man sehen Ja das war ja eine Mini-Lavaquelle Die geht noch weiter ne? Hm nicht wirklich Doch wenn du da irgendwo den Boden weg machst Mach doch mal irgendwo den Boden weg Siehste da ist so was Das ist nur irgendwie Kies drauf Weil zu verstehen was ich mein Ach das ist ja geil Jo Ideisch Siehste Siehste Ja ich seh nun Alter fett geil krass Fingen Geil Aber Zwergenbauer Sollte überwinden wird er das doch nicht im Mund nehmen Ne Klar Ah Der Zwergenbauer sagt Der Berg Der Berg Doktor sagt Der Berg ist okay Ja sicher genug Licht Leid Leid und siehste Leid und siehste Ich schmeiß ihn jetzt in die Lava Alter wecken was ist das denn? Alter 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 das ist so du Wechser Alter Alter Nein, du bist so ein Schwein, du Katze, ich höre die Hose. Entschuldigung. Ja, im Moment mal kurz. Tschüss.